Servus. Willkommen bei einer reingemüsten Runde von D2D. Wir sind da auch nach Ausweg verloren. Und wir sind mal in den letzten Video gesagt, die Boote könnte mich interessieren, aber als Nachteil, Essen ist in so einem Gebäude, könnte keinen Keller haben, hat einen Keller, sogar mit Zitter. Aber es ist nicht witziger, wenn wir im Piratenziff wohnen. Aber die Boote wäre auch einer sein. Die Nacht überspringen wir, weil wir dann nicht fett, genau. Die Boote können wir vergessen. Die werden gerissen. Die werden gerissen. Die werden dann machen wir mal die Bände raus, dann mal probieren. Die werden gerissen. Die Gerste wird gerissen. ja 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 Da war ich dabei, da bin ich, da mache ich das die Blende und wir sehen uns dann nicht. ein paar Minuten wieder bis gleich, also in die Minuten natürlich. So, das Essen ist fertig, ich habe mir nur kurz noch mehr drauf durch, ich habe noch die Nacht über den Brunnen. Na, jeder braucht die Reisen gleich, ich meine die und hier bitte wieder die Macher, also, ja, ist schon ein Reisen. So, jetzt gehen wir alle mal hinziehen, wenn du mir eine neue Aufgabe hast. So, jetzt geht's mal. So, jetzt geht's mal. Okay. Das war's für heute. Oh Gott. Dann bleibe ich auf den. Das war's für heute. Aber ich weiß nicht, dass die Brühe ist, dass sie auch noch. Auch hier habt ihr eingenommen. Was ist das? Was ist das? Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr machen kann. Also wenn wir gleich einfach draufhauen, dann können wir auch ein bisschen zusammenbrassen, wenn wir auch ein wenig sehen. So. Dann können wir auch noch ein paar Eingang. Ja komm her. Ja brav. Also ich würde jetzt mal von der Anzeigen wir machen den Eingang. Also wenn wir dann eine Bekta-Gang, dann kommt auch ein bisschen. Ich komme von der Anzeigen. Dann kommt es ein bisschen. Dann kommt es ein bisschen. Dann kommt es ein bisschen. Nur der Jax. Nur der Jax gibt es heute. Hier können wir auch was anderes machen, wenn wir abgedreht werden. Die Uni hat gerade die Wiedersachein. Ja, ja, komm rein! Ja, geh, komm, du lenkst, komm, du lenkst, komm, du lenkst, komm, du lenkst. Ja, komm, du lenkst! Oh, oh, oh! Ah! 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 Ich gebe ihm mal die Mutter dazu. Ah! Nein. Die Unimuleme ist niemals. So. Ja, ich glaube, dass du in der Nähe da machst. Ja, ich glaube, dass du in der Nähe da machst. Das war's. Das ist ein Malach. Ich bin ein Malach. Besser Besser bis zu der Dinger sein Das war's für heute. 2 2 1 2 2 2 2 3 4 4 5 7 Der Mondium ist der Hosenstein. Spannende Musik Ah! Nuhin. Ach, mir geht das an, das war dein. Einmal nicht aufgepasst, einmal ist es ein Scheinsteig. Das ist ein Scheinsteig, das ist ein Scheinsteig, das ist ein Scheinsteig. Das ist ein Scheinsteig, das ist ein Scheinsteig. 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 Ja, ich weiß nicht, dass ich hier bin. Wir sind hier, Bess. Yep, was do you want? Ja, ja, nalegal ich meine Speznet, weil das nicht war. Ja, nalegal ich meine Speznet, weil das nicht war. Ich glaube, dass ich mich jetzt bei der Gemeinde kaufe mir. Hier bin ich ein Backer. Ja, ich bin nicht... Ich bin nicht mehr in den Kucksee. Ich bin nicht mehr in den Kucksee. Oh, du willst ein Guarantee, huh? Vielleicht sollte ich Schamway probieren. Ja, ich bin nicht mehr in den Kucksee. Ich bin nicht mehr in den Kucksee. Ich bin nicht mehr in den Kucksee. Oh, ich mache mir einen kleinen Moment, so zu hören wir das immer diesen Verrücktenvorschlag. Und zwar... Was hältst du da von, wenn wir jetzt... Noch eine Aufgabe machen und die erste Aufgabe werde ich ein bisschen zusammenstückeln, dass wir vielleicht so irgendwie ändern müssen, wie wir sie haben. Und wir probieren mal jetzt, was weiß ich davon. Und dann habe ich gedacht, ich habe Bock drauf. Und dann sind wir immer länger unterwegs. Und vielleicht haben wir immer wieder weg. Und dann greifen wir auch mit uns. Und dann machen wir immer wieder. Drei. 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 Okay, ich werde ja einen Spruch machen, aber die Ruhe bewerfen ja ab, wie ich gedacht habe. So, den Weg bitte jetzt mal schleiten. Genau, wenn es schleitet ist, also wir sind da rein, bis gleich. So, was wir, die sind da. Da ist ein bisschen, wenn es gut ist. Aber ich kann nicht so schnell, da kann ich nicht so schnell. Ähm, auch knapp drücken. Da geht leider. 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 Ich muss gar nicht mehr aufpassen. Ich muss gar nicht mehr aufpassen. Ich muss gar nicht mehr aufpassen. Da, da, da. Das war's für mich, dass ich nicht mehr so gerne bin. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin ein ganzes Wunsch. Ich bin ein neuer Möbel. Ich bin ein weitergegangen. Ich bin ein weitergegangen. Ich bin ein weitergegangen. Vielen Dank. Ich bin ein Wunderschön. End der Skrölle Es ist nicht mehr so ein Gerät zu machen, kein Podcast, aber ich bin vor mir, wenn ich Let me try extra Los Angeles 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 Ich werde das nicht mehr, was ich gerade. Ich werde das nicht mehr aufhören. Ich werde das nicht mehr aufhören. Ich werde das nicht mehr aufhören. Da. 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 And I odd, mir. Geh, 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 Weapon Jumli sind aber ein Klöbeljant für die Gäste hinter die Gäste. Aber was sagt? Für mich war das Pöde, dass wir aber nicht mehr die Medizin vergossen sind. Ergenein! Dieses heißt Geier, Meier. Wieder nach 500 Prozent. Herr Mensch, Meier, Geier. Herr Mensch, Meier, Geier. Scheineverein. Geier muss dann auf die Richtung. Hier sind wir. Oh, genau. Und jetzt habe ich ja kaputt. Also, wir haben sich schon wieder in den Schwäten. Ja, eine kleine Drache. Für mich ist Leine. Das ist wohl noch, wenn der Geya Maier kommt. Der Geya Maier. Er hat einen Bock. So. Ich hab dir das Glück, den Geya Hals zu holen. Und dann schnell greifen. Der Geya Maier. Ich bin Heu. 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 So, ich schneide euch mal rüber, bis es gleich ist. So, wir haben gleich gesagt, ich kann mit dem Menü, weil wir immer da ein bisschen tricksen. Dann sollte ich nämlich nicht die Kamera, weil es eben geht. Deshalb habe ich das so gemacht. Wir haben Brugensweise. Aber das ist eigentlich mein Wunder. Das hat ja jetzt relativ gut geklappt. Und wie ihr seht, hat uns einen sehr guten Ausdruck. Das ist ein sehr guter Ausdruck. Das ist ein sehr guter Ausdruck. Das ist ein sehr guter Ausdruck. So. Das ist das, das ist guter Ausdruck. Aber das wird nicht wahrgenommen. Okay, das ist das eine, die wir haben. mehr nehmen könnten. Also, mal warte, ich will das Buch nehmen. Ich habe keinen Bock mehr zum Laufen. Wir nehmen das Bike. So. Ich habe auch ein Laufen. Und da geht es auch gar nicht mehr. Und wir sehen uns dann in einer Eintäube genau hier. Beim Recht, wir werden dann losfahren. Wir machen jetzt einen Cut. Weil die Folge lang genug, die muss ich dann auch schneiden. Aber jetzt nehmen die neue Folge gleich los auf. Deshalb bleiben wir. Wir sehen uns gleich.